nein die auch nicht bruchstein ja sandstein kannst du auch weißer sandstein wenn wir den so säulen artig meint ihr das geht zumindest nur für vorne für die treppe müssten wir mal gucken wenn das geht weißer sandstein wäre natürlich auch eine option weißer sandstein und dann müssen wir da vorne gucken dass man da noch irgendwie ein blümchen reinkriegen das war irgendwie blümchen reinkriegen wir gucken jetzt erstmal das von dem weißen sandstein kriegen hier der wenn natürlich auch optimal die quartz blöcke ja die werden gehen ja 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 die quatsch blöcke haben wir noch quatsch weißer lass es mal gucken weißer sandstein sand das heißt ich müsste den eigentlich ich weiß jetzt nicht ob das funktioniert was ich mir so im kopf gerade aus male weißer sand da ach christi wir kriegen weißen sand pulverisierer classic disposition auch da brauchst du das auf dann brauchst du das dinge hier blitz staub da heißt du musst da gucken dass er hier wieder so ein komisches dinge da kriegs dann kannst du da eine verbesserung drauf packen danke er soll ja fantastisch verbrauchst du bleibte leitspule nickel zahnrad das problem wird dieser hier sein blitz starb und den kriegst du nur von der blitzroute den kriegst du nur von der blitzroute rot blitzroute nicht anders also ich kann es nicht anders herstellen glaube ich glaube ich ja sehr schön 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 also weißer sandstein hat sich erst mal erledigt jubilu ist ein körper den kriegen wir den gefärbt vielleicht auch nicht wir probieren wir probieren auch nicht so 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 dann ist das war mal ein schuss in den ofen das funktioniert dann nicht schön dass wir drüber gesprochen haben es hat keiner mal gesehen oder gehört oder sonst dergleichen weg 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 er hätte ja sein können block auch quatsch ich hätte ja sein können da die da meist wenn wir die nach vorne schön an die dings machen das hätte so genial ausgesehen dann aber wir haben keine mehr wir haben keine quatsch blöcke mehr weil wir kein quatsch mehr haben wir haben kein quatsch mehr ansonsten hätten wir das ja schon alles machen können ich glaube ist abteilung 3 quatsch blöcke ist abteilung 3 zu missionierter quatsch blöcke nein doch hier 16 13 blöcke habe ich noch und du kannst mit so einem splitter kriegst du auch quatsch blöcke oder nicht wieder tausend sachen im kopf quatsch quatsch guck mal liebliche wade zentrifuge zentrifuge seh ich das jetzt richtig oder verstehe ich das jetzt richtig robustes gehäuse bronze waren wie verzweifelt muss man sein um an quatsch zu kommen kupfer barren glas das ist einfach nur glas das heißt also wenn ich das jetzt richtig verstanden was wir gucken noch mann du brauchst ein robustes gehäuse kupfer barren und einfach nur glas sehe ich das richtig bronze bach sollen wir das testen wir haben nur waben haben wir doch hier oder ich weiß jetzt nicht ob das wirklich liebliche waben sein müssen also das weiß ich jetzt nicht oder ob da alle waben reingehen aber wenn du aus einer wabe quatsch kriegen kannst wir testen es wir testen es einfach mal aus mehr als schief gehen kann es nicht das ist gold da haben wir kupfer sechs stück ne 2346 und jetzt brauchen wir noch bronze die branche in war elektrik stil branche 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 haben wir hier noch branche drin kupfer 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 ich glaube box muss und meine schmelze machen ich brauche acht wie krieg ich denn bronze ich brauche branche erklärt mir wie ich branche kriege kopfer kupfer zinn das heißt wir brauchen zinn da muss zinn rein sicher richtig da muss zinn rein wenn ich da zinn rein werfe kriege ich branche zinn zinn werfen wir doch einfach mal sieben baren zinn rein dann müsste ich doch ein block bronze dann rauskriegen das war ja genug kupfer da rinder was sagt unsere erntemaschine hier pf ja ich hab mich sogar nicht mehr durch 36 cent bären habe ich jetzt 3 blöcke guck mal an die kann man da reinpacken die kann man da reinpacken die kann man da reinpacken 3 blöcke bronze sehr sehr schön dann die können weg die können weg so jetzt bin ich mal gespannt so das rost das raus das raus das geht nicht das geht also schon mal nicht bronze münze ist ja geil bronze münze gibt es siegertrophäe haben auch noch das geht nicht ach ja liegt bestimmt daran weil es unterschiedliche bronze übrigens muss sind und nachher sagt man schnell thema foundation unterschiedliche und das geht auch nicht hat dafür ja klar tapala glas filter auch noch stimmt ja da muss ja noch glas rein du brauchst auch ein bisschen glas dann funktioniert das auch dann funktioniert das auch und dann wollten wir noch diese kurzen zauber starten wollten wir auch noch machen letzte woche da war ja was abteilung 3 für glas abteilung 3 bitte abteilung 3 wir brauchen glas so wie war es der so wenn wir jetzt da rohstoffe fehlt wir werden wir werden sehen wir werden es jetzt sehen keine energie ok das würde aber das heißt wir müssen den oben an den reaktor anschließen ich bin gespannt also wenn da wirklich quats raus kommen ich kann mich schon fast gar nicht vorstellen dass da wirklich quatschen rauskommt wie wir werden es sehen ne fredolin wir werden es sehen wir werden es sehen wir werden es sehen jetzt Kann ich den dann da dran klemmen? Funktioniert das? Ich bin gespannt. Ein Honig tropfen. Einmal Bienenwachs. Zwei Honig tropfen. Ich bin gespannt. Es sieht nicht so aus, als würden wir da Quarz rauskriegen. Liebliche Wabe. Geht auch nur die, ne? Quarz-Klumpeln. Das interessiert mich ja auch nicht. Schlacke, ne? Na, da ist der Quarz-Ding. War da nicht irgendwie was dazu da? Irgendwie aus dem Dings hier? Aus den Quarz-Klumpeln, aus dem Staub, aus dem Splittern und Quarz herstellen kannst. Also ich glaube, hier kriegt man nichts raus. Damit kannst du auch nichts machen, ne? Krieg auch nicht mehr da rein. Was mach ich denn nichts mit dem Bienenwachs? Mit dem Honig tropfen. Quanten verschränkte Siegen... Oh, ei, 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 ei. Dieses Item wird nicht verschwinden. Ne, der Quarz-Staub. Sand. Ja, was passiert denn dann? Dieses Item wird nicht verschwinden. Ah, lass dich, dass ich dir dann ins Wasser werfen muss oder so. Irgendwie sowas. Curry. Build Crafts. Reiner näherter Kristall. Jetzt hängen wir hier, ne? Und machen... Alles nur nicht das, was wir machen sollten. Jetzt habe ich hier Honig in der Tasche. Weiß nicht, was ich damit machen soll. Ist ja wieder fantastisch. Ist doch, komm, wir nehmen die beiden schon mal mit. Ihr müsst halt mal gucken, was wir da machen. Mio, Mio. Doch, ich glaube, dann machen wir auch. Wir setzen die zwei Dings da rein. Hier die Blöcke dann. Dann müssen wir dann halt irgendwann mal in den Neta und noch ein paar Quarzblöcke holen. Aber ich glaube, ich glaube, das würde dann wirklich besser aussehen. Dann. Da komme ich hoch. Sprache. So. Das sieht aber auch schon, ne? Das sieht aber auch schon, ne? So pompös. Wenn du so guckst. Und einfach die Sonne da durchscheint. Müssen wir die Ecke da noch zumachen. Die müssen wir auch noch zumachen. Der muss dann, was habe ich gesagt, bis zu dem Dinge da, ne? Also der stimmt schon. Da müssen wir hier irgendwie, müssen wir hier noch runterbauen, ne? Die, 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 die. Andere Seite auch. Dann machen wir aber da auch die komischen Quarzdinger dran, ne? Das heißt, wir müssten in den Neta und Quarz holen. Wir brauchen tonnenweise Quarz. Aber es wird geil. Es wird richtig Schneeke wird das. So. Aber jetzt machen wir erstmal die Taschen leer. Ne? Jetzt machen wir erstmal die Taschen leer. Einmal sortieren. Die können wir ins Chat packen, ne? Das da rein, das, das, das. Jetzt habe ich Honig. Jetzt habe ich Honig in der Tasche. Braucht kein Mensch. Die Erde nehmen wir mit. Die packen wir da oben hin. Damit wir uns da hochbauen können. Dann können wir nämlich hier oben nachher in Ruhe, siehst du, genau weiterbauen. Sehr schön. Genau. Äh. Runterfallen sollst du nicht. So. Ja. Da ist der Block. Kriegen wir den jetzt halt ran? Also so, wie wir den brauchen. Quasi so, ne? Tür zu. Tür zu. Ja. Passt. Mal gucken, dass wir jetzt hier die Bögen reinbauen. Quasi. Lass mich hier. Und dann kommt da nochmal ein Bogen, ne? Das heißt, du hättest dann hier nochmal so Treppendinger. So schöne. Oh. Das. Das. Davon brauchst du noch ein paar. Du müsstest hier eigentlich jetzt genauso bauen, ne? Wir müsstest so eine weiße Front dranbauen, quasi. Ich habe die Frage, wie viele waren das, ne? Aber das gucken wir gleich. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause.